So Leute, willkommen zu... Was ist das? Ich hör' euch... Ich hör' euch die Aufnahme-Taste zu. So Leute, wir kommen zurück zu Dritter aus dem Multiplayer. Wir sind wieder in gewohnte Formation, bla bla bla. Und so. Kennt ihr alles? Alles cool. Moin. Handwerkerstufe 3. Zwei Geschenke für ein Pack. Das krieg ich mal ausrüsten. Ja. Ich kann immer kein Schalldämpfer ausrüsten. Das regt mich grad echt auf. Ich werd echt ein Schalldämpfer auf meiner Sniper haben. Sind halt die Punkte... Ach, das brauchen wir noch nicht. Schalldämpfer auf die Sniper? Ja, natürlich. Mit seinem Tor. Das nehm ich denn. Das sieht hier einfach besser aus. Leute, der Bogen macht mittlerweile richtig Spaß. Pilze, Schnee, Schalldämpfer auf der Sniper. Ja, wahrscheinlich wieder noch auf seinen Schalldämpfer. Ja. Das find ich so lächerlich, wenn die sowas machen. Ich hab' ne Schrotflinte mit Schalli, oh. Es geht halt um die Optik, wenn man gut genug ist. Nee, es geht darum, dass man auf der Karte nicht markiert wird. Ja, eben. Und das auch. Das brauchst du doch nicht bei Sniper, ist doch wurscht. Die sehen dich ja sowieso. Man sieht ja auch die Flugbahn der Kugel. Ja, aber bei Shorty... Bei Shorty bringt's ja schon irgendwie was, aber das sieht einfach scheiße aus. Was, ein Schalli auf dem... Das geht doch gar nicht. Auf dem Bogen? Du kannst auf keinem offenen Gewehr, eine Schrotflinte... Ja, hier, dann spielt's schon irgendwie. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Gut aufpassen. Ich sag nur, ich find's total unlogisch. Ja, find doch auch. also ich finde es scheiße du musst du einen geschlossenen lauf du kannst du auf keinen colt nur schalldämpfer das ist geht gar nicht du musst dir ein geschlossenes system haben so ja auf dem bogen schall jedes geht das kann man machen kannst du gern fernrohr drauf schrauben gold ist das war scheiße achtung achtung ich bin neben euch die kommen beide von links ab zwei aber ich werde auch gleich sterben spielen das richtig gut schießen tot kathie was schön gemacht dankeschön ich darf den ein exaktieren einer von mir ich habe eine geantwortet dann hol ich mir die halten zu so sehr gut dass wir hier mal einsteigen aber eigentlich brauche ich sie gar nicht in dem hof draußen eigentlich glaube ich kann die munition wenn wir das was mir gerade so ausfällt ich muss mich konzentrieren im gegensatz soll ich muss die gegner markieren hallo ich krieg nicht mehr durch heilung 500 millionen vor das leben ist so schön ich bin die einzige die sich hier ganz in hallo das würde ich gerade wieder so acht durchstücken wir sind viel zu gut das zählt irgendwie glaube ich gar nicht wenn man stirbt und die markiert hat ich sollte mir ernsthaft überlegen das spiel alleine zu spielen ich bin ein bisschen aber es ist auch Spaß ich finde das lustig man muss auch man muss auch er darf nicht immer mehr man muss auch muss auch nur man muss auch mal einstecken kann muss man ja muss man verlieren verlieren merkt ihr es das auch gab es auch die vor der dritte auch von dieser wiederbelegung vollschlägt wir haben sich beide merkt man auf ein bisschen anschießen aber ich habe einfach an wie du bock hast ich schießt mir einmal den kopf und ich bin tot die kommen jetzt stirbt nicht oh nein leute loggen sie ist doch nicht vor uns vor uns pokker pokker acht oder so zwei drei gewesen ja ich nehme glaube ich ein anderes set ausreichern schluck auch den getroffenen egal der bogen ist hier ein bisschen das war aber wirklich haarscharf das genau selbe moment zugeschlagen wird das ist ein kopf das ist ein kopf nein habe ich nicht hast du ihn jetzt ja hab ihn hinterher nehmt uns nehmt uns nehmt uns nehmt uns nehmt uns nehmt uns ist weg vor sich das draußen mein handy mags nicht moment 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 ich habe den tod gefassen richter der assist wo bist du hier also wo schießt er von links um dort wo steht vielen dank danke ja hast du ihn wechs äh jein nicht so ganz ich liebe wechs aussagen jein kommt er da oder nein er hat sich selbst gekillt hast du ihn wechs ja vielleicht schau doch selber nach das ist total worth it ich glaube auch die exekution mir egal nein 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 lauf gar nicht ach ach ich bin verletzt ach ich bin getroffen fast geschafft nicht locker lassen ey wir haben fast gewonnen ey wieso eigentlich sind wir eine weniger aber hey sie können trotzdem nicht mithalten äh so wieso hat meine gerade gesagt fast geschafft ja hat man auch gesagt komisch komisch so wie zu finden das war naja ja komisch im sinne von seltsam meinte er richtig komisch aber nicht zum lachen wo wird hier geschossen weiß ich nicht ja ey das ah komm herr du komm doch herr wieso laufen auch von mir weg was ich auch so an mir weglaufen oh 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 was is der ke++ ja waren sind die treten 6 9 10 Seine Sachen? Sein Geschäft heißt das. Ich glaube, der kann nicht mit einem deutschen Beispy bringen. Vex, 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 Vex! Ja, ich werde dir angeschlossen. Ne, egal, nimm dir. Nein, Vex. Ist egal, Vex. Er hat es aber geschafft. Wieder einer weniger. Ah, wo sind so die Säcke? Ich höre ihn kommen. Oder auch nicht. Vex, heil mich mal. Wo bist du? Hier. Ist egal, heil mich. Oh, meine Nase. Fack meine Nase. Noch ein Schuss, Mann. Noch ein Schuss und er wird tot. Ja, jetzt rennt er wieder weg. Ja, rennt weg, Mann. Schon okay. Ist ja nicht so, als würde meine Leute sterben. Denk doch nur an sich. So ein Idiot. Komm her. Was würde er denn bitte gegen zwei machen? So eine Sau! Ja, dann pack hier rum. Das gibt's doch nicht. Der hat da rein. Der hat da rein. So ein kleiner Troll. Der hat uns beschützt. Der hat sogar den Kopf von hinten. Ich hab ihn. Der hat noch einer. Verdammt. Er ist im Bus drin. Im Bus, im Bus, im Bus. Im Bus. Pukka, Pukka. Hallo hinter dir. Oh Gott. Erwischt. Oh oh. Ist da noch jemand? Goddammit, ja. Volle Deckung. Aber wir haben's gleich. Sehr gut. Hab den erledigt. Hihihihi. Alter, weg. Mach mir keine Angst. Du hörst dich an wie einer von denen. Kann mich jemand heilen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Komm mit dem Moldi her. Ja, ja. Ich hab noch eine von der Übrigkeit. Reib dich ein, hier mit Feuer. Da hinten im Gang ist einer. Da wo es an der Leiter rauf geht, ungefähr am Startpunkt. Hm, ah ja. Einer ist in einem Klassenzimmer oben. Ich glaub den überrasch ich mal. Überraschung. Der wird nicht mit mir rechnen. Oh ja. Fertig. Gut. Oh, das sind zwei. Das ist weniger gut. Ich hatte ja richtig nicht mit dir gerechnet. Gerechnet. Oh ja. Oh du. Ey, was ist das für ein Idiot, man. Der hat einen Flammenwerf und rennt weg. Der ist doch ganz kein Vorteil. Na, na. Verdammt. Ey, Kathi. Hallo. 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 Ich hab... Hab einen. Ja, hab mich sterben lassen. Ja, was soll ich machen? Ich war voll weit weg. Ich konnte dich schlecht finden. Ja, und ich kann nicht ziehen mit dem Bogen. Also. Hallo. Was erwartest du? Der hat einen Flammenwerf und der rennt von mir die ganze Zeit weg. Ich verfolge ihn über die halbe Map hier. Schau ich mal hier her. Ah, ich hab ihn bald. So. Oh, ich hätte... Nein, du bist doch einer. Er lag mich doch echt jetzt. Was denn? Was macht er denn? Ja, er rennt die ganze Zeit weg. So ein Opfer, man. Und Opfer. So ein Opfer. Oh, ohne Witz. Hör auf weg zu rennen. Er rennt zu euch. Er rennt zu euch. Oh, ich brauch... Ich brauch Vorräte. Äh... So, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, stirb, du. Nein. So, der muss geteabackt werden. Sorry, ob der muss geteabackt werden. Ey, lass den doch. Der war alleine und hat die weg. Ja, hallo. So. Der rennt mir hier irgendwie über die ganze Map-Web. Ja, wir haben die jetzt dreimal besiegt. Dann lass ihn doch. Oh. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh, ich hab genau 0. Was den Scheiß. Es ist so schwer, unter der 8 am Leben zu halten. Ich hab 105. Und schon wieder Firefly-Angriff. Ey, jetzt mal ernsthaft. Die verarschen mich gerade. Jawohl. Ich hab irgendwas ausgewählt und hab keine Ahnung, was das ist. Ach nee, das war gerade... Ach so, das war gerade das Dingens. Ich hab grad... Ja, danke fürs Wegdrücken. Okay. Danke auch fürs Wegdrücken. Aber den kannst du beim nächsten Mal nochmal auswählen. Ach so. Das war ja vorbei. Ich hab 20% wieder verloren. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.